Novo. Verbannt. Und dann bin ich auch gleich als erster dran mit der Auswahl. Drachengärten. Wieso nicht? Wenn ich mit der D arbeite, dann funktioniert das tatsächlich. Okay. Entweder wurden sie sich nicht einig. Oder was auch immer. Keine Ahnung. Großen Unterschied macht es ja nicht. Sylvanas. Dann könnte ich Jaina ganz bannen. Die macht nämlich enorm viel Damage. Dass ich die jetzt rauskicke, wäre eigentlich eine gute Idee. Okay. Ansonsten. Es gibt einige. Aber Adanes wird... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auch... Hätte ich Jaina gebannt. Hätte ich was anderes suchen müssen. Aber dann wäre auch ein Kyle-Taster dabei. Eventuell. Weiß man ja nie. Aber... wäre durchaus unmöglich. Komisch, komisch. Als ob der... FVB... Hammer. Stimmt. Auch eine Möglichkeit. Aber wir haben jetzt wieder die Vala-Sylvanas-Kombi mit Li Ming und Jaina. Ist schon heftig. der Hass kennt keine Grenzen. Eine Grenzen. Eine Grenzen. Auch nö. Eine Grenzen. Eine Grenzen. Eine Grenzen. Eine Grenzen. Ach Gott. Was hängt da denn so? Eine Grenzen. Eine Grenzen. Eine Grenzen. Komm schon. Eine Grenzen. Ich wieder bestätige oder... Eine Grenzen. Beginnt es alles. Okay. Und wenn DS online wäre... Wäre schon mal ganz schön. Ähm. Moralis muss auf jeden Fall mit Illidan gehen. Sonst haben wir da... auf jeden Fall... Möge Elun uns Stärke gewähren. Ach Gott. The Twin Heart. Tja. Die Drachengärten. Hm. Da wären wir doch lieber im... Linken Team. Höh. 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 Tja. Positiv bleiben. Sonst wird das nichts. Fertig. Zusammen mit Villa. Zurselben Zeit. Und jetzt Illidan und Jaina... Ne. Malfurion. Und.. Malfurion ist tatsächlich der letzte. Der Planführer von den... Hainis. Oh. Oh, der andere muss auf Silberniveau sein. So wie das aussieht, naja. Die Reichweite der Automatischangriffen kann die Abkriegenzeit von vor brechen. Der ist, glaube ich, als Mittel eingestuft, aber mit der D wird das ganz zu schwer, weil man da sich echt darauf konzentrieren muss, die D mitzuverwenden und so weiter. 5, 4, 3, 2, 1, lasst die Schlacht beginnen. Das wird so easy, das ist unglaublich. So unglaublich easy wird das. Das will man gar nicht glauben. Wo sind wir denn? Geht mal. Ups. Jetzt schon. Ich sollte vielleicht hier hingehen. Meine D ist auf jeden Fall bereit. Vielleicht sollte ich mich allerdings nicht direkt da hinstellen. Genau deswegen. Aktiviert die Beine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. So schön kombiniert haben die kaum eine Chance. Das ist schon ganz cool. Eigentlich würde ich jetzt gerne mal gegen den Helden gehen. Ich kann das sein. Ich kann das sein. 1400, 1200, 1200. Ich kann das nicht. Na. Glück gehabt. Ich habe es so gut wie umgebracht. Das ist so ärgerlich. Und die Dauer der Maschinenkanone. Damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Von daher. Passt das schon. Ich hab ja noch jemanden. Wo war das? Ich hab ja auch überlebt. Zum Beispiel. Ah. das ist doch was mit meiner D kann ich mich ganz gut gegen einen Gegner verteidigen da habe ich keinerlei Probleme das war eine Laufbefehle ähm schön mit mehr Power was zwei sind gestorben das ist natürlich uncool ok oh ne oh ne so ok die wollten uns separieren ähm mit allen dann seid mir die Hilfe gebrauchen hör da habe ich wieder die Idee vergessen alles klar 15 Sekunden das ist die Frage nein mann dämliche Fähigkeiten das ist die eine so im anderen nicht was denn ach alles ist da mhm so ok das hat mal was gebracht das hat mal was gebracht so da ist sie doch geht schon klar ah das war klar ich hatte ist miss 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 tja das tat echt weh Den Odin früher fordere ich nicht all. Nee, 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 nee. Was ist das denn? Ja, nee, das ist okay. Ah, wunderbar. Ich benötige Unterstützung. So. Okay. Zwei, eins, eins. Ah, das haut doch nicht hin. Wieso bin ich denn jetzt eingestiegen? Das war einer zu viel. Ah, verdammt. Da ist irgendwie eine komische Idee. Das war's. Das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Ah, das war knapp. Oh, das war's. Oh, ja, oh, ja. Mit einer heilenden Maschinenkanone kann ich das noch hin. Das Problem ist, wenn da jetzt einer drinsteht. Ich weiß nicht. Oh, das war's. 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 Das war nicht. Ich glaube nicht. Das hat Valada tatsächlich ein Tor zwischendurch zerlegt. äh, ein Vortor. Tor, ja. Tor, Vor-Vor. Ja. Irgendwas hat sie auf jeden Fall zerlegt. Ich dachte, die Asmoldan müsste das eigentlich auf die Reihe kriegen. Sie ist tot. Sie ist gut gemacht. Sie ist tatsächlich tot. Der will Hilfe haben. Ich stehe hier unten alleine. Und konnte nur mit Hilfe... Na gut. Wow, shit. Wow, shit. Wow, shit. Wieso können die das da oben nicht unter Kontrolle bringen? Mit allem Mitte. Was ist das denn bitte? Ich behaupte mich hier gegen zwei Leute und es passiert einfach nichts. Das ist doch echt unglaublich. So, unglaublich. Was soll dieser Käse? Endlich haben wir mal was. Oh. Ah, na, 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 na. Na, komm schon, steig auf. Wo ist mir? Jetzt. Oh, der Schlag. Oh, der Schlag. Komm schon. Wo bin ich denn überhaupt? So, ich brauche meine... Geh. Ja. 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 Das interessiert mich auch wirklich. Okay. Wow. Momentan läuft das echt. Richtig gut. Ja. Da bin ich denn nicht auf dem Weg gewesen. Da in die Richtung. 6-2-2. Okay. Und ich habe die meisten EP mit dem meisten Heldenschaden, aber nicht den meisten Diener und Gebäudeschaden. Das ist total. Wie weit sind wir eigentlich hier? 3,39 Sekunden. Oh je. Das ist ja schon mal eine Kleinigkeit. Momentan. Könnte mal wegs. Ja. Ich glaube da steht 6,6. Ach. Das ist egal. 7,6. Da. Da haben wir es doch. Best Player. Ja. Und ich bin... Ne. Nein. Aktiviert die Schreine. Okay. Nehmt die Macht des Drachenritters in Anspruch. Nein. Ne. Ich musste meinen Bohrer nur irgendwo mal. Ist das euer Ernst? Ist das tatsächlich euer Ernst? Mit allen Mitteln. Jetzt muss ich mit dem Vorwagen hier hinstellen. Jetzt muss ich mit dem Vorwagen hier hinstellen. Ich muss mich mit dem Vorwagen hier hinstellen. ich glaub's einfach nicht das ist einfach so so schlecht insgesamt das ist einfach so schlecht da oben sind sie vor dem Tor hier sind sie vor dem Tor ich weiß nicht woran es liegt kann ja wohl kaum an meinen 6 Kills liegen gut, wenn ich dreimal gestorben bin ist jetzt super optimal, aber die Tote vorher wären natürlich auch kacke jetzt ist er natürlich ein bisschen gefangen ich kann dir nicht so gut ich kann dir nicht so gut ich kann dir nicht so gut selber gezogen. Nein, was? Ach nee, da kann sie jetzt... Was ist das denn? Das ist doch eine totale OP-Attacke. Die steht da zwar nur, aber halbwegs richtig gestellt, ist sie damit unnötig zu besiegen. Und der kann sich ja noch umstellen, ist ja das Problem. Oder Morales. Das ist so unglaublich. Da liefere ich das beste Spiel seit langem. Und... Vergeigen es einfach. Wenn wir die jetzt noch halten könnten... Wenn wir das jetzt halten könnten... Könnten mir wohl gemerkt. Ja. Da wird die Schreine erwachen. Da wird die Schreine erwachen. Oh, Mist. Das bin ich natürlich. Und vernichtet eure Feinde. Oh, Mist. Komm schon, Illidan. Hau mal weg. Hm. So, jetzt muss ich hier den Bohrer einstellen. So. Und wenn ich dann jetzt noch irgendwie ihn erwische. Mit meiner D. Nee. Hier. Danke dafür. Klar, es ist da gefährlich. Wirklich. Echt, haben wir Glück? Oh, wir haben Glück. Wir haben Glück. Ich würde gerne hier meine Base ein wenig verteidigen. Tja, 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 tja. Willst du dieses Gefängnis zurückkehren? Nein! Nehmen wir dieses Söldnerlager ein. Kriege ich das alleine hin? Hm. Das ist schwer. Selbstheilen habe ich nicht irgendwo ausgebildet gehabt. Blöderweise. Blöderweise. Drache hat nicht viel bewirkt. Drache hat nicht viel bewirkt. Nichts gut. Ich könnte jetzt auch noch Probleme bekommen. Die Macht der Schreiner ist. Der Drache unterruft aus dem Stein. Das war mein Problem. Das ist aber auch nur ein klitzekleines Problem. Ein ganz klitzekleines. Ich kann den Scheiß hier verteidigen. Kein Problem mit meinem Bohrer. Ohne Probleme. Das ist ja nicht das Problem. K Flexen. Entfesselt seine Macht. BeifizCome. Nehmt seine Macht in Anspruch. Blablish Blablash Es sind 3 und 5 tot. Natürlich schon mal echt geil. Und der Drache hatte noch nicht mal irgendwo es geschafft, es voreinzureißen, weil die anderen auf die Verteidigung gegangen sind. Habe ich doch mal an und habe... Alles so ätzend. Was, Mutter? Im Ernst? Und die Flammen werden euch holen. So eine Scheiße. So, boah, boah. Das gibt's einfach nicht. Ich greife ihn permanent praktisch mit D an. Das klappt einfach nicht. Wie viel Schaden habe ich dir zugefügt? Auf jeden Fall genug, um ihn eigentlich runterzunehmen. Da ist eine... Habe ich sie? Nein. Jetzt müssen... Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie. 5,23... Ah ja, so... Das sah es ja auch bei mir aus. Schade. 6,23% des Team-Schadens geheilt. Das ist nicht schlecht. Ne, ah, ich halte mich raus. 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 Unglaublich. Ich halte das mal, so ein Scheiß. Ich halte mich jetzt mal so etwas rumärgern. Wobei Morales tatsächlich nicht schlecht war. Aber grundsätzlich allesamt die falschen Werte. Dass Asmodan beides das meiste hat, ist schon fragwürdig. Ist tatsächlich schon fragwürdig. Na ja.